2009 lernten sich simone tomala und silvio heinevetter kennen und lieben zwölf jahre gingen sie gemeinsam durchs leben nun die überraschende nachricht das paar hat sich getrennt wir haben uns bereits vor einigen monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als freunde verbunden sagen simone tomala 56 und silvio heinevetter 36 auf nachfrage von bild und bestätigen das liebeshaus simone tomala plus silvio heinevetter trennung nach zwölf jahren ihre liebesgeschichte begann 2009 als tomala den handballer um ein foto bat trotz der knapp 20 jahre altersunterschied blieben sie zusammen und zeigten der welt wie glücklich sie sind sie die gefeierte schauspielerin er der torhüter der handball nationalmannschaft doch die beiden konnte nichts auseinander bringen auch nicht ihre unterschiedlichen charaktere er hat es nicht leicht mit mir gestand die schauspielerin in einem interview mit bunte ich bin ein schwieriger mensch kann unbequem sein meine stimmungsschwankungen können an einem tag extrem sein tomala ist vom sternzeichen widder und habe folglich hörner heinevetter hingegen ist vage und flippe lediglich auf dem spielfeld aus sonst ist er im besten sinne ausgeglichen er erdet mich der perfekte ausgleich zu mir schwärmte sie noch im januar von ihrem liebsten seit 2020 führte das traumpaar eine fernbeziehung silvio heinevetter zog nach kassel hier spielt er für den mt melsungen simone tomala pendelt zwischen ihrer heimatstadt berlin und bayern wo sie regelmäßig für die beliebte zdf-serie frühling vor der kamera steht 7 10 10 11 12 11 13 15 14 Untertitelung des ZDF für funk, 2017